Wir kommen zu einer neuen Runde CSGO mit Kevin, Alex und mir, den Styler und zwei Randoms. All German Guys! Ernsthaft? Alle Deutsch? Ja wir, wir schreiben WPL. Also wer ist Pole? Hallo, geht keiner auf der Short? Ja ok. Nö, nicht GWW. Ich hoffe, dass man rechnet diesmal nicht abkackt. Letztes Mal ist er nämlich mitten im Wettkopf abgekackt. Hilfe Alarm! Naja, ich komm mal an. Naja, dein Fach. Wir sind aber auch unten Cutters. Dein Fachgebiet, ernsthaft ey. Wenn du Alarm gehst, sind sie immer A. Das ist auch so. Hallo, war einer. Wir sind der Traitor von hinten, Junge. Wir machen die, Junge. Sag ich ja. Kleine Tüpfung zur Zeit, alles voll drauf, ey. Der Blaue auch. Der Blaue kann gut mit einer Aabe umgehen. Farbe? Ja, beide auch ganz Farbe, ja. Oh Gott, wo denn? A Spot. Nice. Nice. Good Job. Good Job. Ja, so jetzt kaufen wir uns erstmal, hab ich gehört. Hier, hier. Marvin, Marvin guck dir die Waffe an. Hier, guck guck guck. Hier, drüben, hier drüben. Ja, scheiß Bonze. Wir gehen jetzt wieder zurück. Der Bonzen-König. Ja, weißt du, denn zieht der Alex erstmal eine Cray-X. Oder Cray-X, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Warte, da spricht man wie aus? Äh, Cyrex. Cyrex, genau. Cyrex war's. Cyrex. Hm? Ja, ja, ja. Ja, hier nur 32 Euro braucht. Ja. Oh, B. Ja, lang ist auch was. Oh, zwei. Zwei Bisons. Läuft bei uns. Ja, oh Gott. Mit MP Cutters. One guy A-Shot. Kommt der Vererfen mit der Tegel und Kral. Hm. Was geht mit B? Nein, B. Oh, mein Gott. Ich hab wie in den Mongo-Guts geschossen. Die sind 3 B. Sehr gut. Arm has been planted. Oh, mein Gott. War 31 Schuss. Unter dir. Was? Nice. Nice. Nice one. Nice one. Kommt. Ja, ich war kollateralscham. Egal. Erstmal letzter. Ja komm, ey, das geht. Lass dich jetzt erstmal den anderen Vorsprung, ja? Ja, stimmt. Wir müssen ja hier unseren Team-Kamera... Ja, warte mal gucken, wie unsere Teammates sind, weil ansonsten müssen wir vielleicht noch was retten, ne? Genau, so sieht das aus. Ey, der hat auch ne Cybex. Ist das meine? Hat der meine? Ja, hat er. Hat er. What the fuck? Ja, erstmal mal ne schöne Cybex angucken, ey. Hä? Ja, damit wir stehen, sei. Oh, ja. Du willst, du moat. Oh, du willst. Die haben echt Schwab gesmogged. Also unsere Leute. Vielleicht auf Mitte. Vielleicht auf Mitte. Vielleicht wegen Mitte. Und vielleicht wegen Mitte. Ganz viele Sex in Mitte. Ich wollte ja auf Schwarz gehen, vielleicht. Oh, ja. Hieronimo gemacht wird. Ja, auf Schwab sitzt noch was. Das kann ja so gut sein. Das kann ja so gut sein. 3. Läuft. Läuft! 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 Easy! Schrotze raus, und dann läuft das. Läuft! 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 Ich werd wieder um Flame. Läuft! 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 Ich hab wieder meinen Freund dabei. Ich hab wieder meinen Freund dabei. Die Aare. Ach, der Aare. Das geht gut. Ja, dann geh ich wieder short. Oh, der Smoked jedes Mal auf short. Das finde ich kacke. So gut. Oh lol, die laufen immer noch auf dem Spawn rum. Sehen wahrscheinlich zu A. Ja. Du bist auf jeden Fall dort gespottet. Ich hab Mini-Lags. Wurde! Alter! Ja, Blau renn doch nicht weg! Sind's Blau, ne? Was war? Wurde! 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 Nein, die sind überlang. Wurde! 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 hat er um eine arbeit liegen lassen vielleicht hast du ja also der eine hatte eine billowsniper ich weiß es nicht was der andere hat ja meine arbeit liegt noch oder ne das ist eine ak ne das ist ssg auf er ist wundergefunden auf ct glaube ich du könntest vielleicht meine arme will ich vielleicht meine arme haben oder kriege ich sie wieder oder ist es jetzt deine meine arme sind alle weg was willst du ich kaufe mir selber guck mal guck mal guck mal er hat mir über 8 nicht gegeben lang 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 kompass was 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 du oh gott jetzt habe ich aufschort er gemacht ja und einer war die arme dabei ja ja hätte es auch irgendwie die sekunde früher machen können ne ich wollte nur ein bisschen Zeit lassen ja ok ich will jetzt auch irgendwie eine m4 1 haben die will ich jetzt aber die war nicht so die ja mit in der Mitte auch schon dann kann ich mit lang gucken wie hat sich meine arme ist schon ab wenn ich noch mal fest ja vielleicht sind sie ist auch eine 8 K der B ist auch niemand Oh Gott, den darf! Im Fall sind Komm, tu es Ich weiß, dass es bist Nö, Och nö! es ist ja 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 wir sind ja ich halte die müssen ja ja der blaue hat jetzt ein auto ja mal länger ja hab grad gedacht ja die wollen einfach alle kicken wieder mit der arme der autoschlepper geht auf schwarze schwarze genau wegen dem will er wieder schwarze kommen ja ja hast recht auf langen sitzt noch was k k k k ja ok einer w ja ich kenne die nächsten okay ich will einen kill haben und ich will nicht immer die AK fressen okay ah jetzt kommt fresschen wuuhu ja ach nur ein bohr ist safe und Oh Gott! B durch! B durch! B durch! Oh! Alle B! Alle B! Alle B! Vollbrecht-B! Nice! Nein, du rennst nicht weg! Oh, ich hab keine mehr! Ja, okay! Geht die Runde einfach mir noch vorbei! Er hat sein Köpfchen rausgesteckt, dann dachte ich mir, schießt du drauf! Ja, und dieser Jens Kjeldt... Oh, ne! Nimm mal die hier! Komm, diese Runde kriegst du die hier! Jens Kjeldt hat einen Kim-Kill gemacht, oder warum hat er Minus einen Kill? Ja, hat er! Wo ist Marvin? Warten alle weg damit! Nice! Er hat einen Cybex gekriegt! Hübsch, hübsch! Ja, ne? Ja, okay! Wurde einfach rausgekriegt! Weißt du, der Kick nach dem besten Spieler! Cutters! Unten Cutters, noch einer! Ja! Ja, die kick einfach alle! Los, komm! Ja, Leute, jetzt können wir eigentlich schon surrender'n, aber... Wurde! Wurde! Wurde Spaß, du gehst mal ab mit der Waffe! Hehehe! Da halt sie! Aua! Soll das! Hehehe! Soll das! Hehehe! Hehehe! Jetzt müssen wir einen neuen Kevlar Wing dir kaufen, Junge! Hehehe! Als ob das Geld dafür nicht hättest, ne? Ja, ne, ist ja nicht! Ach, wir müssen jetzt gehen, bitte! Ja, ist so! Hast du das nächste Mal von der Vier? Komm, komm! Oh! Hehehe! Hehehe! Wir spielen gleich nur gegen Bots, äh! Hehehe! Ja, okay, Alter! Ohne Scheiß! Hehehe! 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 Du Bots, Kevin! Ja, ich hab den Voll... Ich hab dem Volleine gegeben! Haaaaa! 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 Mal länger, willst du dir einen neuen kaufen oder wer... Oh, du, 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 du! Hehehe! 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 Easy round sagste! Ja, ist so! Ja! Was kostet, wenn jetzt einer von uns geht und sagt, aufgeh! Hehehe! 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 Ohne Scheiß! Noi! Hehehe! Arschwart! Hehehe! 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 Der ist schon in A-Spot! Warum sagt den ihm keiner? Hehehe! Der ist schon in A-Spot! Hehehe! Ja, okay! 80 in 3! Okay, ground! Hehehe! Hehehe! Nice. Lol. Most go. Nice. The music will open. Das ist ein Kompiermesser. Ja, Kevin! Wuuu! Alter, was ist hier los? Alter, Headshot hat mir gegeben. Du hast den Headshot ins Spur gegeben. Ja, wir können es ja erstmal in den Negev kaufen. Alter, ich dachte, der wäre zu kümmert. Übernimmt den Bot aber nein. Ich schieße euch gleich beide gegenseitig übern Haufen. Könnt ich wetten. Ja, ist aber ganz schön. Darf ich mal kurz hier rüber? Danke. Wie länger du schießt, ist scheiße. B. Easy. Der fällt nicht um. Von Dach. Von auch rein. Egal. Den gibt's ja auch schon. Wenn ihr seid. Ja. Ja, erstmal Team-Damage. Ich hab meine Negev mitgebracht. Oh, geil. Aber, ich darf mich so Sau nicht verlassen. Dann seid ich gegangen. Ich will den Negev haben. Ja, kannst du mal nur ausfappeln. Ich hab den einfach mal mitgebracht. Aber warum geben die denn nicht auf? Das ist eine Negev, das ist ein Scheiß-Standard-MG, willst du mich verarschen, das Sprayt nicht? Ah, ich hab was mitgebracht, das hatte der dabei. Ja, das Sprayt aber nur halb so gut. Hallo Bot-George! Hallo Bot-George! Wow. Schrotzen-Tower-Saster. Ja, Bot-Fried nehm ich auch mit. Massaker auf Alang! Ja, Bombe ist mit. Ja, ich komm hier schon. Ich hocke jetzt in Katastrophe mit meinem geilen MG und rotz einfach alles weg, was hier vorbeilaufen will. Ok, mit den Steps. Über Alang. Oh, Schotten habe ich vor mir die Waffe ziehen. Oh, WTF? Damn it! Ich muss gerade die Waffe ziehen. Woah, Leute! Leute! Das sind solche Helden! Was ist hier los? Oh, das Ding, Mama! Ja, das Ding gilt der Mensch! Das ist toll, 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 toll! Das ist toll, toll, toll! Das ist toll, toll, toll! Das ist toll, 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 toll! Das ist toll, 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 toll! Oh Mann! Ja, ich dachte mir so Junge! Ich weiß nicht, ich wusste nicht, ob der Kick der Bescheiden macht hat oder du! Das, das macht mir auch einiges. Ja, einfach mal sprayen. Nee, ich bring euch hier was mit, ja? Ja. Wo haben die denn alle so viel Scheiße her? Lags noch auf meinem Weg! Wir haben drei Autos, schneid mal eine A. Alter, weil wir was im Weg gemacht könnten, alle einfach leer kaufen. Ja, wir könnten einfach mal eine Runde nur mit Messer spielen. Ohne Scheiße, das ist voll so dolles. Ja, ist auch so. Ja, Alter. Alle kommen bitte. Bye. Das läuft. Ey, ich hab bei allen mitgewirkt. Maa. Ey, schon mal alle einen Negev holen. Nein. Let's buy all Negev, all Negev. Ey, wir haben ja hier viele Waffe. Ey, wir haben zwei Leute. Ey, wir haben ja hier viele Waffe. Ey, wir haben zwei Leute. Oh, Kevin. Ohne schnelle Reaktion hab ich auch nicht. Oh Gott. What? Warum ist er nicht draufgegangen beim ersten Mal? Premium, erste Hälfte würde ich sagen. Damit beenden wir den ersten Teil. Ja. Ey, das ist doch auch gar nicht. Wir bespielen euch nur eine Runde. Ja, brauche ich gar nicht. Ja, egal. Dann lassen wir das weg. Ja, Pistolenrunde sagen wir, wir gewinnen. Ja, okay. Ja, auf jeden. Wir werden einfach rein. Oh, ja, ich ist gelungen. Ey, waschen zum Spawn, komm. Alle warten zum Spawn. Ey, wir werden mal lang. Wir finden sogar die Bombe noch. Bluhl, 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 bluhl. Ich möcht das nicht auch. Die Bots gehen über Mitte. Okay. Nice, okay. Leute, das war noch von uns. Okay. Blenden. Ja, ich blenden. Easy. Ja, okay. Das war es dann mit der CS-Grow-Runde. Ja, ich hab' gekostet. Oh, ich wurde geuprankt. Uprankt. Uprankt. Ja, Mann. Ja, und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. So läuft der.